Die 48. und letzte Strecke im Zyphan. Wieder eine F-Zero Strecke. Die Big Blue. Die Big Blue. Die Big Blue. Okay, die letzte Sektion. WTF, was war das denn gerade? Das war es mit der letzten Strecke. Dann geht es gleich weiter mit dem Battle-Mode, zumindest im ersten Battle-Mode, für mehr haben wir nämlich nicht mehr Zeit, tschau.